So sehen Balkone aus. Aus Stahl. Nie Roster. So sehen sie aus. Und nicht so wie unsere in der Beethovenstraße 10. Aus Holz. Aus scheiße Holz. Schaut's mal an, an die Architekten von der Beethovenstraße 10, wo die Holzbalkone gemacht haben. Ist ne Schande. Schaut's euch an, so sehen Balkone aus. Aus Metall. Die halten ewig. Da braucht man großartig nix zu machen. Die kosten zwar ein paar Mark mehr, aber dafür nicht so wie bei uns. Aus Holz. Und das ist auch ein Grund, warum ich ausziehen will. Ich kann diese scheiß Balkone nicht mehr sehen. Schaut's euch mal an. Schöne Balkone, ne? Ihr könnt euch eine Scheibe abstellen. Sogar zwei Scheiben. Dann kann man noch so blöde Balkone bei uns haben. Holz ist zwar rustikal, oder wie sagt man ich, riecht gut, aber da muss man zu viel Geld haben für die Glasur, für die Schöne Balkone bei uns haben. Alles andere Scheiße. Dann haben wir die Balkone in legge gemacht. Die scheiße blöde Balkone in legge. Die Balkone in legge. Appena sie sie spacken. Oder sie fangen. Rumore. Un momento, reservato. Reservato. Fragen, fragen, fragen. Du fragen. Ja, reservato, aber nicht für mich. Ich bin Big Boss. Ich bin Chef hier. Ja, noch einmal. Die Architektin und der Bauzeichner. Schaut euch die Balkone an. Hättest ihr ein bisschen in der Schule aufgepasst. Das ist die Zukunft. Metall verzinkt. Alles andere ist scheiße. Überall werden Balkone aus Metall gemacht. Metall war schon immer das Element der Stärke. So wie ich. Überall ist Metall. Das ist alles verzinkt. Das hält ungefähr 50.000 Jahre. Da sind wir alle schon lange tot. Gott sei Dank. Aber ich lebe ja 100.000 Jahre. Das ist made in. Schauen wir, was dahinter abgeht. Schöne Balkone. Wirklich sehr schön. Also die Seite hier. Das einzig Dumme, wenn man hier wohnt. Man hat keinen Garten für Kinder. Gar nichts. Das ist nur was für trostlose Menschen. Aber die Balkone sind sehr schön. Die gefallen mir. Sehr schön. Aber für Kinder ist diese Gegend nichts. Kein Gras. Gar nichts. Kein Garten. Nichts. Nur trostlos. Architektur. Architektur ist viel besser. Das ist Holz. Oh um Gottes Willen. Meine Fangruppe. Sag Servus. Servus. Meine Fangruppe. Meine Fangruppe. Die ärgere mich den ganzen Tag. Und was geht heute ab? Alles. Alles. Habt ihr eine Hausaufgabe schon gemacht? Wir haben Ferien. Ihr habt Ferien? Ja. Ja. Im Kanal. Nein. Nicht im Kanal. Du im Kanal. Nein. Uno, due, tre. Ich gebe euch 50 Euro. Ja. 50 Euro. Ein Moment. Schauen wir mal. 50 Euro. Wenn ihr in den Kanal hopst und dann wieder rauskommt, kriegt ihr 50 Euro. 50 Euro. Ja. 50 Euro. Ja. 50 Euro warst du. Ich will jetzt lieber 50 Euro und dann springen wir so rein. Nein, nein, nein. Ja. Zum Beispiel. Ich komme nicht mehr raus. Dann habe ich keine 50 Euro. Dann will ich noch lieber weiterleben. Ich gebe euch 50 Euro nachher. Tschüss. Ja was. Wenn wir lieber rauskommen. Dann habt ihr Pech gehabt. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Ja logisch. Die Jugend von heute. Nichts im Kopf. Das sind Hurenkinder. Gib euch. Gib euch. Gib euch eine Zigarette. Ja. Was machst du das? Wieso? Ein Moment. Da tuf immer gleich Está. Mir ist Zigarette. Wieso? Ja. Wieso? Das ist mein Gott. Die Frau kostet noch alles aufgehend. Ja. Das habe ich bloß falsch gemacht in meinem Leben. Du hast noch eine volle Schachtel gehabt. Das darf doch nicht wahr sein. Die selber holen. Das war typisch, die vergisst nur seinen Kopf oder das Gehirn. So wird ein Kaffee gemacht. So wird ein Kaffee gemacht. Die sind fertig und die fyzen immer wieder. Das geht so. So wird es gut sein. So wird es gut sein. Das ist die Sekunde. Das kann es auch noch niedersehen. Das ist die Sekunde. Da ist der jeden Fall. Versteht sie. Einmal von der Sekunde. Seht sie. Alles klackt. Wenn es nicht. Alles klackt. Das ist alles. Wenn es unten geht. Sie liebt mich, die Wachlose, sie wird noch ihr blaues Wunder erleben, geschnitten Schöne Grüße an Schamane und Simon. Die Welt gehört mir, uns, genauer gesagt. Was für euch übrig bleibt, das ist nur Dreck. Jetzt kommt der Ostern. Schöne Grüße für Ostern, Simon, da wirst du alleine sein, mit deinem Osterhase. Heißt der Vakuum unserer Holzbalkone, ich kann sie schon nicht mehr sehen. Und das ist ein Grund, warum ich ausziehe. Ich kann diese scheiß Balkone nicht mehr sehen. Entschuldigung an meinen Vermieter, aber ich bleib keine zehn Jahre noch dort. Dann häng ich mich lieber auf. Warte, 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 schau mal. Das ist einzeitig gelähmt, das kann uns jederzeit passieren. Hast du das eigentlich schon verdient? Doch. Du, ich glaub, die Quelle sind ausgezogen. Schau mal, ob die Quelle da sind. Nein, nein, nein. Und das ist aber, und das ist heiß. Und warum? Weil so Leute wie du nicht hinkaufen. Teure Creme für 100 Euro, Pfeildinkreme, wo eigentlich keine Wirkung haben. Und wie Wie sehe ich jetzt aus? Ja, wie vorher, nur 100 Jahre älter. Ich kenne Frau, aber ich sage keinen Namen. Die zahle einen Friseur. Was ist, Schatz? Verschluck dich doch nicht. Was hast du denn? Ich weiß nicht, was sie hat. Ich wollte was sagen. Die zahle einem Friseur 200 Euro, damit die Haare zerstört werden. Also man geht zum Friseur, man macht den Termin aus. Und dann kann man ein blaues Wunder erleben. Blaues Wunder, aber die Haare sind dann rot-grün. Oder war es rot-grün-gelb? Ich weiß nicht. Die sollte angeblich blond sein, aber... Schnitt.